Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Bevor das eigentliche Video startet, wollte ich noch einmal ganz kurz über dieses Format sprechen. Ich habe das ganz früher schon einmal gemacht. Das sind eher so Essay-artige Videos, die man vielleicht auch mehr einfach so als Mini-Podcast hören kann. Denn die nächsten Aufnahmen sind alles einfach nur Bilder und Videos, die halt das untermauern sollen, was ich zu sagen habe. Falls euch das Ganze gefällt, würde es mich freuen, wenn ihr es in die Kommentare schreibt. Schreibt auch gerne eure Meinung zu den erwähnten Büchern, zum Thema, zu meiner geschissenen Gender-Aussprache, whatever, in die Kommentare. Lasst es außerdem bitte ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und schaut es dann nächste Woche zum nächsten Video wieder vorbei oder auf Instagram. Viel Spaß beim Video. Wie soziale Medien die Kulturlandschaft der Jugend prägen, anhand des Bucherfolges von Das Lied des Achill. Eine Jugend, die immer mehr verblödet. Eine Jugend, welche kein Auge mehr für Kunst, kein Gehör für klassische Musik und generell kein Gefühl für die Feinfühligkeit der hohen Literatur mit sich bringt. Nein, ganz und gar nicht. Das 21. Jahrhundert ist geprägt von jungen Menschen, die die Kultur vorantreiben. Junge Menschen besitzen zum Großteil einen Zugang zum Internet und versenden so innerhalb von wenigen Sekunden verschiedenste Ideen und Projekte. Durch moderne Technologien ist es uns heute möglich, sich mit verschiedensten kulturellen Formen auseinanderzusetzen und diese auch mit sämtlichen Menschen rund um die Welt zu teilen. Die 80er und 90er fern ein Revival. Gleichzeitig wird niemand für seinen komplett schwarzen Kleidungsstil schief angesehen. Poetry Slam bringt die Poesie zurück zu den unter 30-Jährigen. Und auf TikTok finden wir ganz eigene Bestsellerlisten für Bücher. Durch diese neue Art der Werbung erscheinen teils unerwartete Werke und AutorInnen auf den Bestsellerlisten. Selbst Fantasy-Romane schaffen es unter die Top 10. Verlage scheinen dabei keinen großen Einfluss auf die Entwicklung in den sozialen Medien zu haben. Die Buch- und Lesetipps kommen direkt aus der Community. InfluencerInnen erzählen von ihren Erfahrungen beim Lesen, erklären den Inhalt und feiern die Bücher sowie ihre ErschafferInnen aufgrund der verschiedensten Umstände. Ein neuer und sehr direkter Weg, um eine große Gruppe von teils noch sehr jungen Menschen anzusprechen. Bei den Buchempfehlungen handelt es sich um Titel aus verschiedensten Genres. Nicht nur Young- und New-Adult-Bücher schaffen es in den sozialen Medien. Ein Überraschungshit, sogar eines der ersten durch TikTok wirklich berühmt gewordenen Bücher war Ein sehr tiefgehendes Jugendbuch. Auch ohne Social Media wäre der Titel von BuchhändlerInnen gerne empfohlen und verkauft worden. Doch natürlich lässt sich ein 15-jähriges Mädchen oder ein 14-jähriger Junge lieber auf TikTok innerhalb von 30 Sekunden vom Buch überzeugen, als wenn seine Mutter damit nach Hause kommt und sagt, der liebe Buchhändler hat mir dieses Buch für dich empfohlen. So auch bei einem weiteren Überraschungserfolg. Das Lied des Achilles von Madeleine Miller. Ein absolut geniales Werk, auf welches in den nächsten paar Minuten näher eingegangen werden soll. Zuerst zum Inhalt. Der Roman erzählt die Geschichte von Achilles aus der Sicht von Patroclus. Dieser wird von Achilles adoptiert, um anschließend gemeinsam mit ihm nach Troja zu reisen und im trojanischen Krieg zu kämpfen. Die Beziehung zwischen den beiden wird sehr eng und anders als in offiziellen Überlieferungen der griechischen Mythologie hat sich bei Frau Miller eine romantische und sexuelle Seite eingeschlichen. Madeleine Miller schafft es mit ihrem Werk, das antike Griechenland für die Leserschaft des 21. Jahrhunderts aufzuarbeiten. Das Lied des Achilles ist hierbei ihr zweiter Roman, der Nachfolger von Ich bin Zirze, ohne jedoch inhaltlich aufeinander aufzubauen. Durch Millers sehr poetische und doch auch atmosphärische Sprache fällt es einem leicht, sich auf den Titel einzulassen. Figuren werden gut eingeführt und ausgearbeitet. Miller stützt sich auf Überlieferungen und alte Schriften, lässt sich jedoch selbst auch dem Freiraum, um eigene Ideen und Interpretationen einzubauen. Siehe die Interpretation der Beziehung von Achilles und Patroclus. Sowohl das Lied des Achilles als auch Ich bin Zirze und folgende Titel von Madeleine Miller führen junge und ältere LeserInnen in eine Welt, welche meiner Meinung nach viel zu wenig Beachtung innerhalb der Literatur in den letzten Jahren bekam. Ja, griechische Mythologie finden wir in Filmen und auch in der ein oder anderen Kinderbuchreihe, siehe Percy Jackson. Durch gut geschriebenen Literatur zu eben diesem Thema war lange Zeit Mangelware. Durch den Erfolg durch Social Media schaffen es nun auch andere AutorInnen, ihre Titel rund um das Thema griechische Mythologie in die Regale der Buchhandlungen zu bringen. Des Weiteren bringt die AutorIn in ihren Werken nicht nur die antike Mythologie zurück in die Literatur, sie schafft es Diversität, Feminismus und weitere wichtige Themen des 21. Jahrhunderts in eben diese Welt mit einzuflechten. Aufzuzeigen, wie Homosexualität im alten Griechenland bereits weit verbreitet war, wie starke Frauen bereits ihre eigenen Wege einschlugen. Miller macht unterrepräsentierte Minderheiten innerhalb der Literatur sichtbar, ohne mit dem Finger auf die Wunde zu drücken, ohne den Scheinwerfer auf sie zu richten, ganz natürlich, verpackt in eine wunderschöne Sprache. Und genau das ist einer der wichtigsten Punkte der modernen erzählenden Literatur. Minderheiten sichtbar zu machen, ihre Geschichten zu erzählen, jungen Menschen, welche sich nicht dazugehörig fühlen, ein Vorbild zu geben, sie sichtbar zu machen. In der Welt der Literatur, in welcher alles möglich scheint, war es so lange nicht möglich, Minderheiten zu zeigen, egal ob es um Herkunft, Sexualität oder etwas so Einfaches wie das Geschlecht oder die Geschlechtsidentität geht. Plötzlich kommen genau diese Titel in die Bestsellerlisten. Und lasst uns versichert sein, nicht, weil die durchschnittlich 50-jährige Leserin es dorthin gebracht hat. Nein, weil die Jugend wieder beginnt, eine Stimme zu finden. Weil die Jugend liest. Weil die Jugend divers liest und sich selbst in dieser Art der Literatur wiederfindet. Doch die Jugend war lange Zeit abgeneigt von Büchern. Zu dick, zu langweilig, zu uncool. Wie glücklich können wir uns schätzen, dass es diese verteufelten, modernen Medien gibt. Dass ein böses Ding wie das Smartphone mit seinen Augenverbrennenden Bildschirm unserer Jugend Bücher näherbringt. Dass diese zu viel verdienenden Influencer Bücher wie Das Lied des Achill in die Bestsellerlisten hieven und so eine ganz neue Art des Kulturbereichs schaffen. Eine Jugendkultur, die offen ist für jede und jeden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017